Herzlich willkommen zu unserer heutigen Session studentische Partizipation stärken mit dem Party Deck. Mein Name ist Lavinia Ionika, ich bin die Moderatorin dieser Sitzung und ich freue mich sehr, dass ich heute Johannes Schleiß und Ludwig Lorenz begrüßen darf und gebe euch gleich das Wort weiter und wünsche viel Erfolg. Ganz herzlichen Dank, Lavinia, für die nette Einführung. Mein Name ist Ludwig Lorenz, ich studiere Computer Science for Digital Media Master an der Bauhaus-Universität Weimar und bin Digital Changemaker-Alumnus, genauso wie Johannes Schleiß. Genau, ich bin auch ein ehemaliger Digital Changemaker und wir haben uns quasi ja schon seit Jahren oder Monaten mit dem Thema studentische Partizipation beschäftigt und was unsere Gedanken dazu sind oder was für Produkt uns hier vorschwebt, das werden wir in dieser Präsentation mit euch und mit ihnen teilen. Ludwig, das Wort ist deins. Danke, Johannes. Wir sind natürlich nicht alleine, sondern es gibt noch viele andere Digital Changemaker, die uns bei diesem Projekt unterstützen. Wir haben jetzt leider gar nicht die Zeit, auf die alle einzugehen, aber ich möchte mich erstmal bedanken, dass Sie überhaupt hier sind und das Interesse mitbringen an studentischer Partizipation und deswegen, bevor wir Ihnen unsere Ideen vorstellen, dachten wir, starten wir direkt erstmal mit einer Frage. Und zwar, wie nehmen Sie denn selber studentische Partizipation in Ihrer Hochschule wahr? Vielleicht in der Lehre, aber insbesondere auch in den Entscheidungsstrukturen, die Sie an Ihrer Hochschule sehen. Dort sind ja Studierende vertreten. Wir möchten Ihnen jetzt gerne die Möglichkeit geben, diese Frage, wenn es Ihnen einfach fällt, in wenigen Stichpunkten oder in kurzen Sätzen in dem Chat einzugehen und dann können wir sehr gerne einmal auf Ihre Antwort Bezug nehmen. Genau, Jan-Michael Fritz sagt, stark abhängig von Bundesländern und Hochschulen. Ich glaube, dass es stark abhängig von Hochschulen ist, kann ich aus meiner Erfahrung sehr unterstützen. Es gibt wirklich Hochschulen, die investieren sehr viel an Zeit und Ressourcen, damit studentische Partizipation möglich zu machen. Corinna Schröder schreibt, sehr schwierig, es sind immer dieselben wenigen Personen, der Rest ist stumm. Da ist natürlich auch immer ein gewisser Selection Vice drin, dass eben die Studierenden, die sowieso verlässlich sind und die man im Kopf hat, oft auch ausgewählt werden und angefragt werden für neue Partizipationsprojekte. Ja, das ist ein großes Problem. Genau, Johannes, was siehst du noch im Chat? Johannes, du bist noch stumm geschaltet. Ja, ja, habe ich gemerkt. Ja, wir haben viel über Fachschaftsräte und in der Lehrevaluation als sozusagen ein Instrument. Kiwis sind auch ein Thema, haben scheinbar auch schon gestreikt. Hochschulkremien, also dann doch diese strukturellen Instrumente, die wir haben. Und so, jetzt geht es gleich schnell weiter. Ja, genau. Wir haben Events noch. Mitsprache und Mitbestimmung wird meist nicht angenommen. Das ist auch interessant. Also gerade hier in Bezug auf Hochschulwahlen. Und was haben wir noch? Was Katharina Herrin sagt, ist auch sehr interessant, dass viele pendeln müssen, sehr effizient sich organisieren müssen und dass manchmal Jobs, um das Studium zu finanzieren, das studentische Ehrenamt gar nicht möglich macht. Genau. Wir gehen mal kurz auf das, was wir jetzt schon aus vielen Sessions mitgenommen und gefiltert haben. Zum einen haben wir da auf der rechten Seite unserer Waagschale einen großen Trend in Richtung mehr studentische Beteiligung. Universitäten wollen sich darstellen als Orte mit einer flachen Hierarchie, die einen Attraktivitätsfaktor für Studierende erzeugen können, wo man sagt, wenn ihr bei uns studiert, dann seid ihr eingebunden im Studium, dann könnt ihr das mitgestalten. Studierende brauchen, Universitäten brauchen studentische Beteiligung, gerade um die Bedarfe der Studis zu verstehen und um die Qualität der Lehre zu verbessern. Letztendlich dann halt eben auch in der Lehrevaluation. Und es braucht eben auch immer eine Vielfalt der Perspektiven für eine Institution, um gute Entscheidungen zu treffen. Und letztendlich, wenn Studierende einbezogen werden in Entscheidungsprozesse, dann kommt es auch zu einer lebendigen und dynamischen Campuskultur. Warum? Weil Studierende eine Selbstwirksamkeitserfahrung dann durchleben und merken, sie können etwas verändern an ihrem Campus, sie können etwas verändern an ihrer Hochschule und sich deswegen auch mehr mit dieser Institution identifizieren. Ja, Hochschulen haben einen großen Wunsch, einen großen Bedarf nach studentischer Beteiligung, aber bei der Bereitschaft sieht es dann doch eher mau aus. Und warum ist das so? Wir stellen fest, es gibt eine sinkende Bereitschaft für studentische Partizipation seit längerem, aber insbesondere auch seit der Corona-Krise. Ein Merkmal oder ein Grund dafür ist die psychische Belastung und die Erschöpfung der Studierenden und dass man vielleicht auch mal Dinge, die man verpasst hat, in anderen Bereichen erstmal nachholen möchte, bevor man sich dann selbst in das nächste Kremium setzt. Es gibt einen Mangel an sozialer Interaktion und Gemeinschaft. Das sind Strukturen, die sind uns verloren gegangen und die müssen jetzt langsam erst wieder wachsen. Das merken wir selbst, insbesondere in der studentischen Selbstverwaltung, wo ich zum Beispiel auch tätig bin und Wahlen mit organisiert habe. Ich weiß, wie die Beteiligung vor Corona aussah und ich weiß, wie sie nach Corona aussah. Studierenden haben nach Corona einfach nicht mehr wirklich wahrgenommen, dass es eine studentische Selbstverwaltung gibt, dass es Studierende in diesen Entscheidungspositionen gibt, die sie vertreten. Und dementsprechend gab es auch nicht so diesen Wunsch, zu kandidieren und mitzuwirken. Dann haben wir gleichzeitig eine finanzielle Belastung. Wir haben die digitale Ermüdung und zeitliche Herausforderungen, die Studierende bewältigen müssen, um überhaupt an Gremien teilzunehmen. Und ja, dann halt eben auch Herausforderungen für Unsicherheit und Zukunftsängste, die glaube ich, uns alle irgendwie beschäftigen in dieser krisenbehafteten Zeit. Wer hat denn dann noch Zeit für Ehrenamt, ist die Frage. Und wie können wir überhaupt diese ehrenamtlichen Positionen, diese Vertretungspositionen an Hochschulen für Studierende stärken und attraktiver machen? Dafür schauen wir uns die nächste Folie an. Und wir stellen heute das Party Deck vor. Das ist ein studentisches Projekt, das aus dem Herzen der Digital Changemaker im Hochschulforum Digitalisierung kommt. Und wir haben insbesondere drei wichtige Ziele, die wir versuchen wollen, damit umzusetzen. Das erste Ziel ist Best Practices sichtbar machen. Wir stellen fest, es gibt schon gute Lösungen, wie Partizipation an Hochschulen gelingen kann. Wir haben auch eben im Chat gesehen, ist es stark abhängig von der Hochschule. Warum? Weil eben unterschiedliche Hochschulen auch eigene Wege entwickelt haben, um auf diesen Partizipationsmangel zu reagieren. Wir möchten das sichtbar machen. Wir möchten gute Lösungen an andere Hochschulen transportieren. Wir möchten Partizipation ganzheitlich denken. Wir haben oft den Eindruck und leider auch die Erfahrung gemacht, dass Partizipationsmaßnahmen immer vom Partizipationsinstrument ausgestaltet werden. Typisches Beispiel. Wir sind in einem Senat und auf einmal stellt man fest, Nanu, wir müssen mehr für Barrierefreiheit tun und wir wissen gar nicht, was da die Bedarfe der Studierenden sind. Naja, lasst uns doch mal eine Arbeitsgruppe gründen und dort Studierende mit einbeziehen. Oder wir haben eine neue Lehrstrategie. Wir haben einen besonderen Prozess mit verschiedenen Workshops. Dort sollen auch Studierende einbezogen werden, damit sie an der Lehrstrategie mitwirken können. Aber was dabei tatsächlich fehlt, sind die vorbereitenden und nachbereitenden Maßnahmen, die es eigentlich braucht, um die Partizipation im Partizipationsinstrument zu ermöglichen. Also sprich, wie kann ich es überhaupt attraktiv machen, dass Studierende in meinem Partizipationsinstrument mitwirken? Oder auch, wie kann ich Studierende über die Ergebnisse informieren, die aus meinem Partizipationsinstrument rausgegangen sind? Weil was wir auch oft feststellen ist, wenn Studierende diese Phase einmal durchlaufen haben und ihre Ideen eingebracht haben, dann hören sie meistens danach nichts mehr von dieser Arbeitsgruppe und was mit ihren Ideen und Vorschlägen passiert ist. Und das erzeugt eben auch eine zusätzliche Müdigkeit, die wir verhindern können. Und letztendlich bündelt sich das alles in unserem dritten Ziel. Student Empowerment. Wir wollen Studierende und Studierendenvertretungen niederschwellig Zugang geben zu sinnvollen Partizipationsmaßnahmen, die passgenau zu ihrem Anwendungsfall passen. Wie läuft das Ganze ab? Hier nochmal kurz zum Hintergrund des Projekts. Ich habe vorhin schon berichtet, das Party Deck, das entstand unter dem Digital Changemaker im Jahrgang 2022 im Hochschulforum Digitalisierung. Wir haben bis 2023 an einem ersten Prototypen gearbeitet für ein digitales Party Deck. Das wird auch kontinuierlich weiter iteriert. Wir sind jetzt nochmal in einer besonderen Phase angekommen. Dazu erzähle ich gleich mehr. Genau. Und der dritte Punkt, den habe ich jetzt gerade gar nicht gesagt, Johannes. Genau. Wir haben eine Förderung erhalten im August 2023 durch den DCM Accelerator, der uns tatsächlich auch mit finanziellen Mitteln ausgestattet hat, um das Projekt weiterzubringen. Also da erstmal auch vielen Dank an Stifterverband und die ganzen Strukturen, die dahinter stehen. Und jetzt kannst du gerne weiterschalten auf die drei Iterationen, die wir durchlaufen haben. Erste Beispiele zur Verbesserung eines Formulars zum Sammeln von Partizipationsmethoden. Damit haben wir gestartet, um zu schauen, wie lassen sich Partizipationsmethoden überhaupt untergliedern. Dann in einer zweiten Iteration haben wir eben diesen Prototyp gebaut, eines digitalen Repositories. Auf den gehen wir gleich nochmal näher ein. Und Auswahl der Pilothochschulen. Das ist eine Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden und die jetzt ansteht. Wir wollen das Party Deck mit den Partizipationsmethoden gerne ausrollen. Einmal analog als wirklich ausgedrucktes Kartendeck, das wir an Studierendenvertretungen, aber auch an Hochschulentwicklungsteams an verschiedenen Hochschulen verschicken. Und wir sie mit dieser Aufgabe betrauen, nochmal Partizipationsstrategien mithilfe dieses Decks zu entwickeln. Und genau dazu suchen wir jetzt auch noch Pilothochschulen. Und wie sie sich da vielleicht ins Spiel bringen können, dazu erfahren sie gleich auch nochmal mehr. Und die dritte Iteration, die dann ansteht mit den Pilothochschulen im Hintergrund, ist die Erarbeitung dieses physischen Partidecks und die Verstetigung des digitalen Repositories, dass also nach dem Druck des Decks unser Partideck auch digital immer noch weiter wachsen kann mit all ihren guten Ideen und ihren guten Vorschlägen zu Partizipationsmöglichkeiten. Genau, Prototyp. Partizipation kann leicht sein und Spaß machen. Let's start a party. Dahinter verbirgt sich ein Link. Wir haben aber auch, genau, das passiert, wenn Sie draufklicken. Sie kommen auf diese Seite. Dort haben wir erstmal die Willkommenskarte. Und auf der Rückseite kann man dann klicken, um mehr Informationen zu erhalten. Was ist das Partideck? Da sind eben halt Partizipationsmethoden gesammelt. Es gibt nochmal einen kleinen Überriss, was das eigentlich alles soll. Und dann unten ein Startlink nach diesem kleinen Tutorial, wie das Partideck funktioniert. Und dann sehen wir auch schon, wie das Partideck aufgebaut ist. Wir haben unten 13 Beispielmethoden erstmal eingetragen. Die haben wir uns ausgedacht. Aber die sollen erstmal symbolisieren, was eigentlich alles unter Partizipationsmethoden fallen kann. Wir haben hier die Partizipationsmethode Kreative Schreiben für Sitzungsprotokolle. Die kann man sich dann auch nochmal näher ansehen, wenn man draufklickt. Und dann wechselt die und man sieht dann quasi, okay, was ist Zielgruppe, was ist Anwendungsfall, was ist Beschreibung. Wir arbeiten auch gerade noch so ein bisschen am Design, wie man das vielleicht gut und sinnvoll strukturieren kann. Im Moment sind das so einfache Kategorien, die wir uns ausgedacht haben. Aber diese Kategorien werden dann später im digitalen Repository auch durchsuchbar sein, dass man eben wirklich auch passgenau als Studierendenvertretung schauen kann, wo finde ich jetzt die Partizipationsmethode, die ich brauche. Das haben wir tatsächlich festgestellt, dass Studierendenvertretungen oft vor den Kopf gestoßen werden, wenn aus der Hochschulverwaltung, aus dem Senat Forderungen kommen, doch mal Studierende zu benennen für bestimmte AGs oder für bestimmte Workshops. Und dass die Studierendenvertretung oft gar nicht selbst auch einbezogen ist in die Gestaltung so eines Formats. Und wir glauben aber auch, dass gerade Studierendenvertretungen, die das ehrenamtlich machen, auch nicht die zeitlichen Ressourcen haben, sich in solche Dinge einzuarbeiten. Aber was wirklich eine gute Alternative ist, ist dann hier im Partydeck zu schauen, was ist ein gutes Partizipationsinstrument, was ist eine gute vorbereitende Methode, die ich mal vorschlagen kann meiner Universitätsleitung für ein Problem, das wir haben. Und wenn dann diese Partizipationsmethode auch noch untermauert ist, durch Beispiele wie, na die Uni Frankfurt macht das schon seit zwei Jahren genauso, oder die Uni Essen hat das letztes Jahr ausprobiert und geht in einen Entwicklungsprozess damit, dann ist es wirklich das aller allerbeste Argument, um Hochschulleitungen davon zu überzeugen, doch auch mal etwas auszuprobieren. Genau. Vielen Dank, Ludwig. Und das ist auch eigentlich schon die perfekte Überleitung, um nochmal zusammenzufassen, was ist jetzt das Partydeck? So in drei Stichpunkten haben wir probiert, das nochmal auf den Punkt zu bringen. Zum einen von Studierenden aus verschiedenen Hochschulen gestaltet, also das ist so, sag ich mal, studentische Partizipation von Studierenden gedacht. Das heißt, wir haben das Ziel auch wirklich umfassende Partizipation mit dem Partydeck für Studierende, für Lehrende, für Personen, die Partizipation an Hochschulen gestalten, ja, ein Tool an die Hand zu geben. Zum Zweiten, analog und digital, gemeinsame und ganzheitliche Partizipation für alle. Sie haben ja schon gesehen, wir haben jetzt einen digitalen Prototypen, Ludwig hat auch erwähnt, dass wir hier noch durchaus im Design sind, das ist jetzt erstmal eine erste Sammlung, und wir müssen auch nochmal schauen, ja, welche Informationen sind auch die relevanten, die mir und Ihnen dabei helfen, quasi die richtigen Partizipationsmethoden auch auszuwählen. Das heißt, wir wollen es nicht nur digital, sondern wir wollen es auch analog bringen, weil wir eben denken, dass es schon eine spannende Sache ist, sowas auch in Workshop-Settings einzusetzen, zu sagen, okay, wir haben jetzt hier irgendwie eine Situation und jeder kriegt so Karten und kann vielleicht auch auswählen, okay, welche Partizipationsmethode würde ich jetzt wählen in diesem Szenario. Und wir haben eben auch die Wahrnehmung, dass wir als Studierende, wenn wir mit Hochschulen zusammenarbeiten in den unterschiedlichen Programmen der Social Forum Digitalisierungs, kommt immer die Frage, ja, aber wie kann ich denn Studierende einbinden? Das heißt, es ist immer eine methodische Frage, wo wir uns einfach auch Gedanken gemacht haben, ja, wir kennen natürlich auch immer zwei, drei Beispiele, aber es wäre ja schön, wenn wir nochmal links und rechts vielleicht auch auf den unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden Partizipationsmethoden eben anbieten können. Also Schwierigkeitsgrade hinsichtlich, ich denke auch, Partizipation gibt es auch einfach in der unterschiedlichen Tiefe und das muss man auch berücksichtigen. Zu guter Letzt suchen wir natürlich Mitstreiterinnen für bessere Partizipation. Wir haben das Party-Deck eigentlich als Idee gestartet, um dieses Problem erstmal sichtbar zu machen und irgendwie gemeinsam daran zu arbeiten. Das heißt, wir werden auch nicht in der Lage sein, hier alleine alle Partizipationsmethoden zu finden und deswegen laden wir Sie oder wenn Sie den Vortrag irgendwann mal später hören, einen auch immer gerne dazu beizutragen, wenn Sie gute Partizipationsmethoden kennen, die mit uns zu teilen und wie Sie bestimmt schon gemerkt haben, mögen wir Wortspiele. Das heißt, lasst uns die Party für Partizipation starten. Und die restliche Zeit, die uns jetzt noch verbleibt, die restlichen sieben Minuten, wollen wir einfach nochmal dafür nutzen, auch nochmal Einblicke von Ihren Erfahrungen zu bekommen und haben nochmal eine Frage mitgebracht. Vielleicht auch wieder im Chat. Wie gestalten Sie denn aktuell aktive Partizipation oder wie wählen Sie Partizipationsmaßnahmen aus? Das würde uns sehr interessieren. Vielleicht können wir nochmal ein paar Punkte im Chat sammeln. Genau, da kommen schon die ersten Punkte. Direkte Ansprache, konkrete Formate. Also direkte Ansprache an die Studierenden, konkrete Formate. Vielleicht finden wir noch ein paar mehr. Ich glaube, Katharina Hemming hatte ja auch eingebracht, dass es immer oder dass es oft dieselben Leute auch leider sind, die sich engagieren. Das ist natürlich gerade eine Strategie, die es irgendwie nicht schafft, das aufzubrechen. Es gibt, das haben wir auch festgestellt, Alternativmöglichkeiten, wie zum Beispiel die randomisierte Auswahl. Also, dass man direkte Ansprache auch kommuniziert mit einem kleinen zufälligen Input. Es gibt Hochschulen, die lassen zum Beispiel auch wie durch eine Lotterie aus dem Studierendenverzeichner Studierende auswählen, die dann ganz gezielt, ganz direkt angesprochen werden und begeistert werden eben für die Partizipationsmaßnahme. Da gibt es irgendwie eine Erfolgsquote von 20 bis 30 Prozent an Responses. Das bedeutet, dass man quasi schon auch sehr aufwendig sich da reinarbeiten muss. Aber es könnte eine Option sein und das haben wir auch zum Beispiel im Party-Deck mit aufgenommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und uns bleibt eigentlich nur zu sagen, Partizipation kann leicht sein und Spaß machen. Let's start a party. Vielen Dank. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.